So, und wir kommen zum nächsten Minecraft-LP. Ähm, wir glaube ich sind schon auf dem Weg nach oben, weil wir es eigentlich mit meinen... Naja, fertig kann man das nicht nennen. Aber einfach... Och komm. Verzweifelt aufgegeben. Würde ich mir einfach mal so sagen. Kommt das schon in der Old-Zinn nachher? Oh mein Gott, ich sehe nichts. Nicht gut. Warte mal kurz, ich brauche einen Chat-Pack, dann können wir eigentlich theoretisch hochfliegen, oder? Oh mein Gott. Ja, okay, es funktioniert unter Wasser auch. Oh, wo muss man... Ähm... Öl-Qüller. Und wo ist unser... Warte, fack, wo sind wir? Ich habe nur einen Waypoint-Öl-Qüller. Wo ist der andere Waypoint? Warte, fack, wo ist der andere Waypoint? Generell, wo sind die anderen ganzen Waypoints? Warte, fack. Öl-Qüller ist definitiv... Ich glaube nicht richtig. Ähm... Äh, loil-loil. Äh, wie Bucky. Bucky-Shit. Okay, ähm... Wir brauchen... Ja, genau, da ist die Öl-Qülle. Hm, genau, da sind wir. Ja, wir brauchen noch immer Emeralds. Irgendwie ist das relativ scheiße. Ich frage jetzt einfach, wie kriegen wir jetzt Emeralds so schnell? Zumindest auf die Schnelle, generell. Hm. Bisschen blöd. Ich habe gerade echt ja keine Ahnung. Und... Das ist alles so unsichtbar hier. Ich muss eben teilen, dass die Kamera so ein bisschen eigenartig drehen. Letzten wir was sehen. Und dann irgendwas grünes stellen, genau. Haus. Wobei, wir brauchen noch Haus-LP. Warte, warte mal kurz. Wir schauen einfach mal kurz. Haus-LP ist der... ...weiße Flag. Okay. Also das heißt, wir müssen in die Richtung. Oder? Ja. Schaut so aus. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir überhaupt da durch den Dschungel liegen, wo sie halt geflogen sind. Aber okay. Okay. Das ist doch Tag, oder? Es ist Tag. Ja, es ist... Oh, jetzt ist Tag. Weil es wahrscheinlich die Regen-Tarte war, es wahrscheinlich zu dunkel. Dass die deswegen die Mops gesponsert sind und so. Ich weiß es nicht. Wir sollten uns auf alle Fälle mal kurz irgendwie ausleeren. Unsere Chat-Pack aufladen. Und ja, ich glaube, wir müssen nochmal los, weil... Wie gesagt, wir brauchen Emeralds und... Und wir haben im Prinzip ja keine Möglichkeit, dass wir einfach mal sagen, naja, lassen wir die Emeralds mal weg und so. Geht doch nicht. Brauchen wir ja leider. Ich weiß, es ist doch ein bisschen blöd dazu, aber... Wir haben einfach keine andere Wahl. Extreme Hills waren wir schon, ein paar Diers haben wir gefunden, so, aber... Ja, das ist unser Haus wieder. Unsere Häuser. Unser Home, unsere Base. Whatever. Also, der Jump-Loader funktioniert ja irgendwie nicht so ganz. Oder? Naja, wobei ein paar Bäume sind gewachsen und... Och, keine Ahnung. Wissen strange, dass das Ganze auf alle Fälle da war. Das Ganze ist degreason, what the fuck. So, Holz haben wir eigentlich theoretisch ja auch genug und so. Okay. Ja, also nur einfache Baumfarmen und so, also von dem her. Ist das Ganze jetzt auch nicht so hocheffizient und... Was weiß ich alles. Da bräuchten wir natürlich schon mal irgendwann ein bisschen bessere Baumfarmen. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Retiromic Trader. So, jetzt gehen wir mal kurz drunter, so verzauern. Und zuerst brauchen wir eine Diamond... Diamond Pickaxe. So, gib mir eine Pickaxe. Irgendwo. Da ist er. Okay, also wir verzauern uns zum einen jetzt immer unsere Pickaxe. Ähm, danach müssen wir unser Chat-Pack aufladen, unser Invilian. Und ja. Ganz leicht überlevelt, aber egal. So, komm. Gib mir was gut ist. Oh, Unbreaking 3. So viel Pech kann man doch echt nicht haben, oder? Das war echt schon nicht mehr fair. Hm. Na ja, okay. Tankschen kann man nicht schreddern. Äh. Nochmals. Boah, wir haben insgesamt 3,5 Stacks Goldohr. Draus werden. Hm. 7 Stacks. Gold. Oh, ganz ordentlich. So, jetzt müssen wir hier mal kurz schauen, dass wir mal ein bisschen Rapper rausnehmen. Wir lernen sich erstmal schon mal den ersten Teil von unserem irgendwie aus. Dass wir überhaupt mal erstmal schreddern können und alles. Ansonsten ist das ja ein bisschen tricky. So, jetzt müssen wir mal reinlagern. Also erstmal reinlagern. Nein, dass wir Gold hast. Shit. Was ist das ja noch? Das, was wir alles gefärmt haben. Das ganze Quarzen so. Das ist echt extrem. was gibt es im machine block nur crap ist da drin was brauchen wir noch close to last das brauchen wir auch noch den ganzen crap mal kurz auslernen genau die ist auch als crap mit schadenburg gefällt das ist an breaking 3 spitzhacker zum tausendsten mal bekommen das ist also ein bisschen es müsste halbwegs geordnet dust silver dust gold dust close to last haben wir auch schon so viel das ist extrem schon ein bisschen krank so runter damit das erste mal nehmen wir kurz was so holen wir eben ganzen gold dust dran wieder schritte nehmen wir die trinken schlange ganz kurz was so heiß hier im moment hat es bei uns gerade vor wenn sie mit 30 grad im schatten mittlerweile ist es wahrscheinlich schon 32 33 vielleicht war ja zu warm eigentlich das müsste ich finde es ein bisschen zu warm das können wir auch mal als einlagen jetzt das crap das ist noch ein bisschen was nie gibt es nix lol die ganzen laufen warte fack gold Ich bin mal gespannt, wo wir eventuell noch einen NPC-Dorf finden könnten, weil im Moment schaut es echt ein bisschen schlecht aus. Das heißt, ein bisschen schlecht, sogar sehr schlecht eigentlich. Wir brauchen unbedingt einen NPC-Dorf, weil ansonsten sehe ich da echt nichts Gutes. Naja, ich habe noch eine Idee. Wir waren schon mal in die Richtung, wo ich gerade schon schaue. Da war ein NPC-Dorf. Wenn es von Zombies und anderen Filien noch nicht auseinandergenommen worden ist, dann wäre das zumindest eine Möglichkeit, wo wir noch mal schauen könnten. So, kurz Chat-Pack aufladen. Genau, dauert kurz. Und nebenbei, wenn der Schredder schon mal frei ist... Genau, genau. Silber, äh, das zu... Äh, Silber. Irgendwas brennen, wie auch immer. So, Lead kann wieder nichts machen. Naja, im Prinzip schon was machen, aber nicht jetzt in der Art. So, Energy haben wir, wie man schon sieht, immer genug. So, wir haben das andere Chat-Pack aufladen. Also, ein paar Geos sind schon echt praktisch. Kann ich eigentlich im Prinzip echt nur jedem empfehlen. Weil man sieht ja, wir benutzen hier alles Mögliche und wir haben einfach immer genug Energie. Also, so schnell geht die Energie mit den Dingen nicht leer. So. Jetzt will ich mal ganz kurz was machen, und zwar... Ein... ne... Ein Marvel-Prix requesten. Das regt mich die ganze Zeit schon ein bisschen auf. So. Das muss jetzt sein. So, Silver ist fertig. So, Silver ist fertig. Gold ist auch fertig. Genau. Das Ganze muss so schnell geht. Oh, Leil 25. Boah, Leil. Die ganze Tefl-Abstüge ist schon, wie wir machen. Das ist krank. So, noch mal kurz schlafen. Also, noch mal ein bisschen bedenken, was wir jetzt machen wollen und so. Kann die Schaden. Hau mal eben ganz ins Gold da rein. Die ganze Trap braucht ihr kann schon. Und dann schauen wir noch kurz, wie viel Gold das wir jetzt schon haben. 501 Gold. 7, 800, what the fuck. Über 800 Gold. Boah. Das ist, das ist ordentlich. Das ist echt mal für mich. Das ist einiges. Das ist einiges. Also, ich denke, mit 800 Gold. Hm, boah. Kann man eigentlich schon ein bisschen was mit anfangen. Ich frage mich, wieso sind die anderen Taschen eigentlich so klein. Man kann doch... Ah, wartet mal. Da kommt schon wieder eine Idee. Genau, wie gesagt, man kommt gerade einige Ideen. Aber zuerst brauchen wir jetzt erstmal Emeralds. Und das andere hat Zeit und... Da brauche ich natürlich keine Emeralds dafür, aber... Wir brauchen trotzdem erstmal Emeralds. Ich sehe gerade was, was ich sehe. Ich sehe, was ich sehe. Genau. Rose Red braucht man spät noch ein bisschen was. Also, was ich weiß, war irgendwo da hinten in die Richtung ein NPC-Dorf. Oh, komm los. Bei dem Wetter... Bei der Uhrzeit, vor allem, wenn wir da draußen sind. Genau, kann mich noch dran erinnern. Ich hatte auch mal so eine Idee, was mit reinbauen könnte und so, aber... Ich denke mal, das ist jetzt eigentlich ein bisschen sinnlos. Also... Ja, wir bauen uns erstmal... Unsere Base ist richtig was für uns auf. Und... Dann später und so... Ja, vielleicht bauen wir noch eine zweite Base auf, bauen uns eine Teleporter und sowas. Teleporter können wir uns gerne hellbauen. Da ist ein NPC-Dorf. Schaut aber... ziemlich schlecht aus. Hm... Das schaut schlecht aus. Das ist immer ein Nachteil. Bei den NPC-Dorfern. Wenn man es halt einmal erkundet hat und so, dann... Na ja... Dann ist der Chunk geladen und alles und dann... Wenn da einfach der Chunk mal in dem... Bei dem NPC-Dorf geladen wird, dann spawnen auch Zombies und... Alles mögliche da drin und... Machen den armen NPCs... Oh, dann will das schon ein bisschen Ärger. Boah, Leute, wie es ausschaut. Ist das Lava? Ich weiß, Lava kann überall spawnen, aber... Auf der Höhe. Das ist schon müssen... Ja, leicht ungewöhnlich. Was gibt's denn hier noch alles? Noch mehr... Äh... Wenn wir jetzt ein Zeug her... Also ich war selbst noch nie so... Man sieht's auch, der Weltgenerator generiert da hinten noch ganz fleißig. Und schon wieder ein Zumpf-Biom! Boah, gibt's das eigentlich? Oh, so ein Kühe! Ah, die brauchen wir im Moment gar nicht. Ist hier auf dem Map schon, der wir irgendwie auf irgendwas braun ist? Ah ja, okay, schau mal nur Erde. WTF? Geil, ein Riss. Ein Riss brauchen wir es eigentlich. Hm. Ist doch eigentlich schade, aber... Die ganze Gegend hier ist eigentlich echt relativ... Ja, echt ein bisschen strange. Sehr eigenartig aufgebaut und so. Auch wenn man so auf die Map schaut, irgendwie... Ah, ich weiß nicht, aber... Nicht so, wie es einfach sonst immer ist. Äh, nicht so gleich und nicht so... Was weiß ich... Schon ein bisschen... Bisschen anders grad, irgendwie. So. Keine Ahnung, ob wir jemals irgendwie einen NPC da finden oder so. Die Hoffnung hab ich noch nicht aufgegeben. Aber was ich gerade ein bisschen drüber nachdenke, ob wir uns einfach mal... Äh, eine Zeit lang im Gamebot setzen und einfach nur durch die Gegend fliegen. Da hinten sind fliegende Pferde. Oh, das ist das Land. Doch kein fliegendes Pferd. Aber ein Vulkan. Hm. Okay. Wildschweine. Okay. Haus 7, 100 Meter entfernt. Hm. Hm. Vulkan und so, aber... Hm. Ein NPC-Loverer oder ein Villager. War jetzt praktisch, aber... Irgendwie... Hm. Wenn wir jetzt irgendwie zu zweiter oder zu dritter so wären... ...wär dann... Wär das auch von Vorteil. Wär ein bisschen schneller, aber... Vor allem ja, Richtung gleichzeitig und so, aber... Irgendwie so... Oh, Pumpkins! Okay, nice. Pumpkins, aber... Irgendwie... Nur Crap. Nur Crap. Nur Crap. Echt... Nix Besonderes hier. Was ist nix Besonderes? Naja... Ich brauche einfach einen NPC-Dorf, aber... Ich weiß nicht, dass... ...dach wie viele... ...äh... ...äh... ...dach wir schon durchgegeilt sind, aber... ...so langsam könnte schon mal ein NPC-Dorf immer kommen. Hm. Lol, das ist n S. Lol. WTF. Wie ist denn das Ganze, dass ich durchziehe, irgendwie? Was ist da hinten? Nix Besonderes. Oh, Dschungel. Äh... Ich glaub, Dschungel ist einer Videomänder, wo es keine NPC-Dörfer gibt. Zumindest da noch nie eins gefunden werden. Und ich wüsste jetzt exakt auch nicht, äh... ...wo der einen spawnen könnte. Sollte. Kann nix spawnen. Ah, toll. Tja. Irgendwie so mit der ganz rechte Marsch. Schaut relativ... Naja... Extreme Hills und Extreme Hills. Schaut ein bisschen nachher aus. Ja, Extreme Hills. Könntens dann noch mal unsere Unterbote suchen, aber... Hm. Das rucklickert auch, weil ich wüsste, äh... ...die Welt immer generiert und so. Tja. Hm. Die Frage ist jetzt einfach nur, wie kommen wir jetzt endlich mal an die scheiß Emeralds. Farmen, das meint zwei, drei Folgen oder so. Und, ja. Was dabei rauskam am Ende, das... ...waren paar Stacks Gold. Sieben Stacks Gold und zwei Emeralds. Eineinhalb Stacks Dears. Ganz nice. Äh, vom Farmen her klar, aber... ...nicht wenn man jetzt unbedingt Emeralds braucht. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal den Mox Spawner fertig bauen und, äh... ...dann vielleicht irgendwann mal so als... ...naja, Endprojekt mehr weniger. Äh, oder als... ...einer der... ...hinteren Projekte, die jetzt erstmal nicht so wichtig sind... ...irgendwann einen Shop bauen und so, aber... ...und, ob es dann... ...naja... ...doch relativ kritisch... ...wann braucht man... ...muss man sich erstmal wieder, äh, in Game Mode setzen... ...also im Prinzip muss man sich ein paar Sachen ercheaten... ...muss man sich vorher erstmal überlegen... ...äh, will man den ganzen Shop im, äh, Game Mode bauen oder... ...will man teilen, nur die... ...nue Dinge ercheaten... ...oi... ...ha... ...okay, ich hab zwar kein Elefant... ...für ein Elefant... ...warte mal, wer macht denn sonst noch solche Geräusche? ...oder wechsle ich gerade was? ...keine Ahnung... ...auch unwichtig, wir brauchen einfach mal nur... ...nen scheiß NPC drauf... ...wir kriegen einfach nix... ...kein einziges... ...nix... ...oh, dein Ernst... ...oh, wie geil... ...wie geil... ...aber wir machen das jetzt noch nicht, weil wir müssen erstmal... ...müssen uns besser darauf vorbereiten... ...so... ...ok, wir setzen uns hier auf alle Fälle mal in den Wellpoint... ...und zwar mit dem Namen Portal LP... ...und da wird schon wieder bei 21 Minuten sind... ...und so würde ich mal sagen... ...ja... ...ich beendet erstmal die Aufnahme... ...sagt danke fürs Zuschauen... ...bei dem gar keinen Sonnenuntergang... ...wo ist die Sonne... ...ähm... ...und ja... ...bis zum... ...ups... ...nächsten LP... ...die наши sechs... ...ma not abandono tener... ...ni- ...i... ...ni-ni-